Vielen Dank für die Einleitung. Also ich war mal so ein klassischer Grundlagenforscher bei der Max-Planck-Gesellschaft, habe 17 Jahre in Stuttgart gearbeitet, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung und habe die Photovoltaik noch erlebt, als alle anderen gesagt haben, naja, das wird eh nichts. Das ist was für Spinner, Phantasten oder für Wissenschaftler, kommt aber garantiert nie in die Anwendung, viel zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer. Darüber rede ich heute. Den Titel Stand und Zukunft der Photovoltaik, ich wette, dass einige von Ihnen denken, das ist eine Frechheit, da Zukunft hinzuschreiben, die ist doch eh tot. Gut, ich sehe es etwas anders. Mit Sicherheit wird sich die Photovoltaik in Deutschland und auch die Photovoltaik-Forschung verändern müssen. Und so ein paar Gedanken dazu habe ich. Ob das so kommt, wie ich sage, das weiß ich nicht. Aber wenn es zu etwas kommt in der Photovoltaik in Deutschland, dann werden einige von Ihnen beteiligt sein. Und ich freue mich, dass so viele von Ihnen an erneuerbaren Energien interessiert sind. An dem Institut arbeiten etwa 40 Leute in unterschiedlichen Bereichen der Photovoltaik. Das Institut heißt erst seit zwei Jahren für Photovoltaik. Tatsächlich ist es früher Institut für physikalische Elektronik und schon mein Vorgänger PLOS hat 1970 angefangen, an Cadmium-Sulfid-Solarzellen zu forschen. Die ganze Photovoltaik in Europa hat in dem Institut angefangen. Ich fange gleich an, ich nehme Pack da mal die Katastrophenmeldung beim Schopf hier. Das kam so 2013, Bosch steigt aus. Aus der Photovoltaik. Schott steigt aus. Solar World ist fast am Ende. Das sind so wörtliche Zitate. Und insolvent nur ein paar Firmen. Sunways ist ins... Ne, nicht mehr. Sovello ist völlig insolvent. Zentroterm war insolvent. Q-Cells war insolvent, ist jetzt inzwischen übernommen. Und ich könnte hier bestimmt noch 30, 40 andere Firmen hinschreiben. Und wenn ich die Anlagenbauer noch hinschreiben würde, die kleinen Firmen, die davon gelebt haben, Photovoltaikanlagen zu bauen, dann bräuchte ich wahrscheinlich 10 Folien. Das ist dann so Aussagen in der Zeitung wie, deutsche Firmen haben zu wenig in die Forschung investiert, die Chinesen sind viel besser. Das ist Käse. Photovoltaikforschung macht keinen Sinn mehr. Das hatte ich selbst von Kollegen gehört. Da schlucken sie dann. Und die Photovoltaik ist sowieso am Ende. Und ich sehe es, da guckt man ein bisschen betreten, so als Photovoltaiker. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, die Photovoltaik hat in Zukunft einen Überblick über meinen Vortrag. So kann ich auch sagen, 2013, Ende des Jahres 2013, waren weltweit 120 Gigawatt an Photovoltaik installiert. Das meiste in Deutschland. Wir sind zwar nicht Fußballweltmeister, aber Photovoltaikweltmeister. Und ich benutze das Beispiel von dem Fußball ganz bewusst, weil in der Photovoltaik ist die Diskussion inzwischen bei dem Niveau der Diskussion über Fußball angekommen. Jeder und jede kann mitreden. Jeder und jede ist ein besserer Bundestrainer als unser Badener Jogi Löw. Der Markt explodiert weltweit, allerdings nicht mehr in Deutschland. Und wenn man über Photovoltaik redet, weil ja so viel Unsinn da drin ist in der Photovoltaik, wie man hört, muss man über Geld reden. Ganz klar. Eine Aussage, dafür bin ich gestern attackiert worden von einem Kohlestrombefürworter, Photovoltaik schlägt Kohlestrom. Zeige ich Ihnen gleich, wie ich das meine. Eine Aussage von mir, Module sind billiger als Fenster. Wenn Sie hier diese Fenster angucken, diese Fensterscheibe, wenn Sie versuchen eine Fensterscheibe zu kaufen, irgendwo im Baumarkt, das billigste Fenster kostet mindestens 100 Euro. Da können Sie, egal wo Sie zum Praktiker, zum Hornbach, zu Obi, zum Bauchhaus, ist völlig gleichgültig. Mindestens 100 Euro der Quadratmeter. Von der Photovoltaikmodule kosten 75 Euro der Quadratmeter. Und das zeigt auch, wo wir angekommen sind. Und als ich angefangen habe mit der Photovoltaik als Diplomant, da haben wir immer davon geträumt, dass wir irgendwelche Wände anstreichen. Irgendeine Farbe drauf und darf ruhig niedrigen Wirkungsgrad haben. Kostet ja nichts. Wir hatten nur nicht bedacht, dass man die Wand zuerst bauen muss und dass die natürlich was kostet. Heute spielt in der Photovoltaik die Aufständung eine ganz wesentliche Rolle, wenn man sich ausrechnet, wie viel der Strom kostet, der aus einer Photovoltaikanlage rauskommt. Module sind im gleichen Bereich wie der Aufständung selber. Module sind also im Bereich der Baumaterialien angekommen. Und ich sehe es so, dass Silizium den Photovoltaikstrom, das Material Silizium, billig gemacht hat. Und ich sehe auch keine Alternative zu diesem Silizium. Photovoltaikforschung war in der Vergangenheit hauptsächlich Photovoltaikmaterialforschung. Welches Material nehmen wir für die Zellen? Da haben wir viele, viele Jahre mit Diskussionen verbracht. Das ist entschieden. Ich sehe die Zukunft eigentlich sehr gut für die Photovoltaik. Damit meine ich dicke Photovoltaik insgesamt, Photovoltaische Stromversorgung und weltweit. Nicht unbedingt Photovoltaikzellenforschung in Deutschland. Also lachende Sonne. So, jetzt gibt es immer noch so ein paar alte Sprüche von Photovoltaikgegnern. Gleich Wind aus dem Segel genommen. Die Energierückzahlzeit von Photovoltaikmodulen ist ein bis zwei Jahre. Das heißt, je nachdem, welche Photovoltaikmodule sie haben, welche Technologie und wo sie die betreiben, spielen diese Module die gesamte Primärenergie, die sie zur Herstellung reinstecken, in Form von elektrischer Energie wieder ein. Flächen hätten wir zu wenig in Deutschland. Auch das waren so Sprüche in der Vergangenheit. Stimmt einfach nicht. Wir haben in Deutschland 3000 Quadratkilometer Dachflächen. Allein auf den 800 Quadratkilometer günstig gelegenen Dachflächen kriegen sie 120 Gigawatt Photovoltaik unter. Damit könnten wir locker 10% vom Strom machen. Wir nehmen nicht alle Flächen, weil nicht alle Flächen gehen nach Süden. Und dann gibt es auch noch ein paar Dachfenster, ein paar Dachgauben, ein paar Kamine. Wir können nicht die gesamten Dachflächen rechnen. Okay. Das ist viel zu billig. Naja, ich stelle jetzt mal fest, ganz neutral, zumindest hier ist wohl was passiert. Es ist ein Paradigmenwechsel. Ich fange mal an mit den Installationen. Wie viel Photovoltaik haben wir in Deutschland? Und woher kommt überhaupt der Strom? Das sind die Zahlen von 2012. Wir haben in Deutschland insgesamt so 600 Terawattstunden an Strom verbraten. Und davon kommen jetzt je nach Statistik bei meistens jetzt 23%, etwa 22% aus erneuerbaren Energien. So, 1990 hatten wir in Deutschland nur die Wasserkraft. Was anderes gab es nicht. Die Wasserkraft ist mehr oder weniger konstant geblieben. Die ist ausgebaut. Bis auf, wir können natürlich noch einzelne Kleinstwasserkraftwerke ausbauen. Es schwankt da auch, je nachdem, wie viel es im Jahr geregnet hat. Dann haben wir angefangen mit der Biomasse in Deutschland, die auszubauen. Dann Windkraft, Onshore. Und in den letzten Jahren sieht man jetzt erst die Photovoltaik. Also ich habe in der Photovoltaik angefangen, irgendwo 1990, da habe ich das Institut übernommen. Das Sensor war immer noch nichts. Ich habe auch mit der Kurve nichts zu tun. Ich habe sie insbesondere nicht verursacht. Aber das gab noch keinerlei politische Diskussion. Jetzt gibt sie sie. Weil jetzt ist die Photovoltaik dort, letztes Jahr waren es 4,8% etwa, dann im Jahr 2013. Jetzt ist die Photovoltaik dort, wo die Windkraft vor etwa 10 Jahren war. Kräftige Steigerung. Und jetzt merkt man halt den Strom aus den Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und dann Biomasseanlagen. Und es kommt dann auch zu Diskussionen zwischen Ministerpräsidenten. Zum Beispiel Stäuber möchte dann mehr Biomasse und weniger Windkraft oder andere wollen was anderes. Hier sind die Zahlen der Photovoltaik insgesamt, der Photovoltaikleistung, wieder von 1990. Auf einer halblogaritmischen Skala. Und Sie sehen, wir haben einen wunderschönen exponentiellen Anstieg. 1990 hatten wir 2 Megawatt an Photovoltaik in Deutschland. Das ist gar nichts. Heute hat eine große Photovoltaikanlage in Deutschland. Das wird die so irgendwo an der Autobahn sehen oder neben der Eisenbahnlinie. Typischerweise 1 Megawatt. 2 Megawatt 1990. Und Ende des letzten Jahres, im Dezember, hatten wir 35 Gigawatt an Photovoltaik aufgebaut in Deutschland. Jetzt muss man wissen, dass unsere fossilen Kraftwerke plus Kernkraft etwa eine Leistung haben von 100 Gigawatt. Das heißt, das ist gerade der Punkt hier oben, diese Linie. Und das ist klar, wenn man 35 Gigawatt an Photovoltaik hat und über 30 Gigawatt an Windkraft, dass dann nicht nur eine politische, sondern eine technische Diskussion stattfinden muss. Das Netz ist natürlich nicht dafür gebaut. Und dieses wunderschöne exponentielle Wachstum ist jetzt politisch umgebogen in ein lineares Wachstum. Auf einer linearen Skala haben Sie ein lineares Verhalten. Das Ziel der Bundesregierung ist, bis 2020, die deutschen Zahlen sind falsch rum, 52 Gigawatt zu haben. Ja, nur bei den Zehnern ist es falsch rum. 52 Gigawatt. Und das heißt dann, im Jahr 2020 haben wir pro Kopf 650 Watt pro Person. Also jedem und jeder von Ihnen gehört im Jahr 2020 zwei große Module. Ein großes Modul hat bis zu 300 Watt Leistung. Also aber nicht einfach abbauen, nur in der Anlage. Ich werde auf das nochmal zurückkommen. Das sind erhebliche Flächen. Und das sehen Sie natürlich, wenn Sie über die Dörfer fahren. Dass es viel ist. Was da passiert ist, erkennt man jetzt. Wachstum 20.000 in 20 Jahren. Das ist eine richtige Revolution, die stattgefunden hat. Und wo hat sie stattgefunden? Das sind jetzt Ende 2013 waren es 130 Gigawatt. Das sind jetzt die Zahlen von 2012 noch. Wo ist sie installiert? Europa, 70 Gigawatt, 35 Gigawatt davon stehen in Deutschland. Die Italiener sind die Nächsten nach uns. Und hier stehen jetzt noch Asian Pacific Countries. Nicht besonders viel. Amerika, das ist Nord- und Südamerika, auch nicht besonders viel. China waren es nur 8 Gigawatt. Middle East und Afrika, 8,6 Gigawatt der Balken. Und der Rest der Welt, 2,1 Gigawatt. Nun, das heißt, wenn Sie das angucken, dieses Wachstum ist durch Europa und das im Wesentlichen durch Deutschland getragen worden. Und durch das deutsche Einspeisegesetz, was jetzt überall in der Diskussion ist. Und was dazu führt? Photovoltaik viel zu teuer. Und wie ist es dann? Der arme Arbeiter finanziert dem Zahnarzt seine Photovoltaikanlagen. Und solche Statements. Das hatte aber die Photovoltaik so billig gemacht. Das werde ich Ihnen nachher gleich zeigen. Ich gucke mir mal die Photovoltaik-Weltkarte an. Hier sind jetzt eingetragen die Watt pro Person. Vorher hatte ich gesagt, Deutschland hat 650 Watt pro Person im Jahr 2020. Die hat die Zahlen von 2012 Europa, 138 Watt pro Person. Und die Deutschen sind zwar nicht Weltmeister im Fußballspielen, aber Weltmeister in der Photovoltaik. Ende 2013 44 Watt pro Person. Und 2020 die 650 Watt pro Person. Und jetzt, wenn Sie diese Karte angucken, ist auch klar, wo die Photovoltaik hingehen wird. Hier gibt es gar keine Photovoltaik. Wenigstens auf diesem Maßstab nicht. Wo der Markt explodiert, ist hier. Sie sagten vorher, 4 Gigawatt-Einkraftwerk wird gebaut in Indien, in China. Nach Fukushima ist in Japan was passiert. Da wird dieses Jahr etwa 7 Gigawatt installiert werden. Und es passiert auch was in Nordamerika und in Südamerika. Aber hier kommt die Technologie her. Die ist dorthin gewandert. Das haben die deutschen Maschinenbauer dafür gesorgt, dass sie dorthin gewandert ist. Und wir haben mit dem Einspeisegesetz etwas angestoßen, was sich jetzt auswirkt auf den Rest der Welt. Weil jetzt ist die Photovoltaik so billig geworden, dass auch Menschen in diesen Ländern sich die Photovoltaik leisten können. Das ist die Zukunft der Photovoltaik. Jetzt rede ich über die Kosten. So, Photovoltaikstrom billiger als Kohlestrom. Wie rechnet man denn überhaupt, wie viel der Strom aus einer Photovoltaikanlage kostet? Das macht man mit einer Annuitätenrechnung. Das ist so eine Rechnung wie in jedem Bausparvertrag, den die Schwaben, vielleicht die Baden ja auch, haben. Also früher war das so, du brauchst einen Bausparvertrag, so in ihrem Alter. Kosten von Photovoltaikstrom, CPV, da kommt gleich eine Grafik dazu. Man rechnet folgendermaßen, man baut eine Photovoltaikanlage, die kostet so und so viele Euro pro Kilowatt Peak. Heute zum Beispiel 1.000 Euro einer großen Photovoltaikanlage. Das sind dann 7 Quadratmeter ein Kilowatt Peak. Und dann muss man wissen, wie viel bringt die Photovoltaikanlage im Jahr. Das sind in Süddeutschland etwa 1.000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Also aus den 7 Quadratmetern kommen 1.000 Kilowattstunden elektrische Energie raus. Und dann muss man den Annuitätenfaktor wissen. Der hat was damit zu tun, wie man die Anlage finanziert. Und diese 1.000 Euro pro Kilowatt Peak, so ist die Rechnung, holt man sich von der Bank, also eine Million für eine 1 Megawatt Anlage und zahlt den Kredit innerhalb von 20 Jahren mit Zinsen und Zinseszinsen zurück. Und in den 20 Jahren erzeugt die Anlage elektrischen Strom und Spannung. Der Zinssatz I, den habe ich mit 5% angenommen und N sind die 20 Jahre. So wird das gerechnet. Und jetzt ist hier das Ergebnis gezeigt. Sie sehen hier die Elektrizitätsproduktionskosten. Dieser Parameter ist, sind die Installationskosten für die Anlage, die gesamten Kosten, also sind die Module, die ganze Anlage, die läuft, die hängt am Netz. Einschließlich Transformator ist das bei einer großen Anlage. Und hier ist der Jahresenergieertrag, der ist in Süddeutschland und Japan 1.000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Zypern, Spanien ist er etwa 1.600 und in Südafrika war er hier bei über 2.000. Es gibt auch Gegenden von Südafrika, wo sie mehr Strom erzeugen können oder elektrische Energie. Und wenn Sie jetzt gucken, eine große Photovoltaikanlage baut man in Deutschland für 1.000 Euro als Kilowatt Peak. So ein Megawatt. Und mehr als 1.500 Euro pro Kilowatt Peak sollten Sie für eine kleine Anlage nicht bezahlen, wenn Sie irgendwo auf dem Dach 3 Kilowatt oder 4 Kilowatt Peak haben. Das heißt, die Gestehungskosten für den elektrischen Strom liegen in Deutschland zwischen 8 und 12 Cent pro Kilowatt Peak. An der Steckdose, vereinfacht gesagt, zahlen Sie 28. In Südeuropa sind es dann noch so 7 Cent, ganz grob. 5 bis 7. Und in Südafrika 4 bis 5 Cent. Jetzt bin ich öfters in Japan. Wenn man guckt, wie die Rechnung in Japan ist, dann kommen daraus 28 Cent die Kilowattstunde. Und zwar einfach deswegen, weil in Japan keiner eine Photovoltaikanlage für 1.500 Euro oder für 1.000 Euro pro Kilowatt Peak baut. Das hat zwei Gründe. Erstens haben die Installateure noch nicht viel Ahnung, wie man eine große Photovoltaikanlage baut. Und das Zweite ist, dass die gleichen Hersteller Photovoltaikmodule in Deutschland und in Japan zu unterschiedlichen Preisen verkaufen. Übrigens auch die japanischen Hersteller. Die verlangen einfach dreimal mehr. Das liegt daran, dass es auch in Japan so etwas gibt wie ein Einspeisegesetz. Und das zahlt ihn in der Gegend von 30 Cent für die Kilowattstunde elektrische Energie. Das heißt, ein Hersteller oder ein Installateur, der richtet sich danach, der kann ja auch rechnen, was nachher der Kunde kriegt. Und da bleibt er eben so, dass der Kunde glaubt oder tatsächlich noch ein bisschen Geld verdient. Das deutsche Einspeisegesetz hat aber eines gemacht, was die Japaner auch machen werden. Wir sind mit dem Einspeisegesetz, mit der Einspeisevergütung runtergegangen. Vielleicht nicht schnell genug, aber wir sind runtergegangen. Es ist also gar nicht so eine technische Frage, sondern eigentlich eine Frage der Finanzierung, wie viel Photovoltaikstrom kostet. Jeder verkauft selbstverständlich, das macht jedes Gasthaus so, seine Ware zu dem Preis, dass die Kunden noch kommen. Wenn Sie also in Japan jemanden finden würden, der eine Anlage für 1000 Euro pro Kilowatt Peak baut, dann hätten Sie die gleichen Gestehungskosten für den elektrischen Strom. Jetzt ist Japan natürlich ein gewisses Problem. Es ist nicht so einfach, von deutschen Installatoren in Japan reinzukommen, um zu installieren. Okay, gut. Aber 10 Cent, ja, in Deutschland, Photovoltaikstrom. So, jetzt ganz grob, die 10 Cent. Jetzt vergleiche ich mal Stromgestehungskosten. Diese Tabelle stammt aus dem Photonheft vom November 2013, Seite 17. Und die Originaldaten, die stehen hier unten. Es gibt eine Studie der Prognos AG. Da sind die einfach übernommen. Photovoltaikfreifläche. Da sind Sie in Deutschland in vier Regionen eingeteilt. Norden, hier unten, sind wir. Region 4, hier, da ist jetzt die Rechnung ein bisschen anders gemacht. Aber da kommt draußen, Region 4, Photovoltaikfreifläche, große Anlage, 8,7 Cent die Kilowattstunde. Wenn Sie jetzt so reingucken, die ganze Tabelle, dann sehen Sie, dass Wind offshore, Entschuldigung, onshore, im Norden Region 1 und 2 noch billiger ist. Okay. Das ist jetzt gerechnet, so wie ich es gemacht habe, in der Art 20 Betriebsjahre. Jetzt, wenn man mit fossilen Kraftwerken vergleicht, die werden immer für 40 Betriebsjahre gerechnet. Diese Rechnung ist hier nachvollzogen worden, und zwar an folgender Weise für die Photovoltaik. Da ist angenommen worden, man installiert die Photovoltaikanlage im Jahr 2015 und 20 Jahre später, im Jahr 2035, tauscht man einfach die Module aus. Man lässt die Aufständerung, lässt die ganze Verkabelung, lässt den Wechselrichter. Jetzt hat man die 40 Jahre, mit denen man mit fossilen Energien vergleichen kann. Und jetzt sehen Sie, Sie wie der Süddeutschland, einfach über längere Jahre gerechnet, kostet der Strom noch 7,5 Cent die Kilowattstunde. Und da sehen Sie jetzt nur noch zwei Zahlen, die darunter liegen, nämlich einmal die vom Wind im Norden. Hier wieder Region 1 und 2. Klar, in Norddeutschland gibt es mehr Wind. Und dann die Braunkohle. Also die größten Dreckschleudern, auch wenn Sie es aufzeichnen, sage ich das, die machen billigeren Strom. Die Steinkohle sind aber die Gestehungskosten höher. Und Biomasse im Übrigen auch und die Gasturbinen auch, die wir natürlich brauchen zur Unterstützung des Netzes dann, wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint. Da brauchen wir Kraftwerke, die schnell rauf und runter fahren können. Und das sind nicht Kohlekraftwerke oder egal welcher Art und vor allen Dingen keine Kernkraftwerke. Das sieht also ganz rosig aus und tatsächlich gibt es eine Studie, da bin ich nicht verdächtig, sondern die ist von der Deutschen Bank. Da steht das Datum, ein zweiter Goldrausch für die Photovoltaik beginnt. Steht da. Aber wenn Sie drauf gucken, da steht nicht Deutschland. In diesem Jahr 2014 waren Japan und China 8 bis 12 Gigawatt installiert. Und ohne jetzt die Sätze zu lesen, da sehen Sie, ja klar, das sind die Länder, was die Sonne gibt. Indien, Südafrika, Mexiko, Australien, der Nahe Osten, Südamerika und Südostasien. Da steht ein wichtiger Punkt, in der Mehrheit dieser Märkte gäbe es bereits eine Netzparität der Photovoltaik. Das heißt, Photovoltaikstrom ist auch in den Ländern in den Gestehungskosten unter dem Preis des Stroms an der Steckdose. Und ab da braucht man eigentlich keine Unterstützung mehr für die Photovoltaik. Meine Meinung ist, dass wir kein Einspeisegesetz mehr brauchen für die Photovoltaik. Wozu denn? Wenn der Strom billiger ist als an der Steckdose, dann nehme ich meinen eigenen Photovoltaikstrom. Allerdings wird es natürlich fragwürdig, wenn ich jetzt den auch nur versteuern soll. Das ist so, wie wenn Sie Ihre eigenen Tomaten besteuern müssten, weil Sie sie nicht beim Lidl oder beim Aldi oder beim Rewe kaufen. Das ist gerade die Diskussion, die können Sie ja verfolgen in der Presse. Okay, es wird also in anderen Ländern was passieren. Und jetzt die Frage, und warum ist das jetzt auf einmal so billig, der Photovoltaikstrom? Na gut, das ist nicht auf einmal passiert, sondern das hat eine Zeit lang gedauert. Die eine Frage, und die andere, gibt es andere Materialien als das Silizium, die es vielleicht noch billiger machen könnten? Hier habe ich eine klare Meinung. Nein, ich will es Ihnen aber begründen. Also, gucken wir uns zuerst mal Daten an, bevor ich jetzt irgendwelche Glaubensbekenntnisse äußere. Das hilft immer. Gucken zurück in die Vergangenheit. 1983, seitdem habe ich die Daten gesammelt, das ist jetzt der Weltmarkt an Photovoltaikmodulen. Also das, was jedes Jahr an Modulen verkauft worden ist. Im Jahr 1983 waren das 20 Megawatt an Modulen. Die schwarzen Punkte, das sind alle Module zusammen. Das ist kristallines Silizium, die blauen Punkte, Amorphes Silizium, Cadmium Tellurid und das steht hier für Kupfer, Inium, Gallium, Dieselenit, ZIX, noch weiter abgekürzt. Und Sie sehen, diese blaue Kurve stimmt ziemlich gut mit der schwarzen Kurve überein. Da ist was passiert. Aus meinem Institut kommt die ZIX-Technologie, in Deutschland zumindest. Wir haben die Technologie entwickelt, schon mein Vorgänger hat es gemacht, der war noch bloß, ich habe sie weiterentwickelt. Und sie ist dann über das ZSW an Wörth transportiert worden. Sie sehen, erst im Jahr 2000 hat es eigentlich angefangen. Im Jahr 2006 habe ich beschlossen, mit dem ZIX aufzuhören. Ich kann Ihnen gleich sagen, warum. Aber die Vertreter dieser Materialien, die sagen immer, das kommt. Na gut, das kommt. Das Dumme ist bloß, dass das kristalline Silizium halt auch immer weiter wächst. Zunächst mal positiv, der Weltmarkt ist explodiert. Wir im Jahr, Ende 2012 sind 37 Gigawatt produziert worden. Da waren es 20 Megawatt. Also das ist schon mal ein Faktor 2000 in 30 Jahren. Und jetzt gucke ich mir mal an, im Vergleich, diese ganzen Dünnschichtmaterialien, die nehme ich zusammen zum kristallinen Silizium. Der Weltmarkt ist um 2000 gewachsen. Wo ist er denn gewachsen? Was ist da passiert? Bei den Materialien. Wenn Sie sich das angucken, hier zeige ich jetzt den gesamten Markt. Von da bis dahin. Ein kräftiges Wachstum. Aber im Grunde ist gar nichts passiert. Das kristalline Silizium hat immer den größten Teil vom Weltmarkt gehabt. Und die Dünnschichtmaterialien, so als es noch ganz wenig Photovoltaik gab, hier hat es einen Anteil von 40%. Das war das amorphe Silizium. Da sind damals ein paar große Anlagen in den USA gebaut worden mit amorphem Silizium. Aber in den letzten Jahren ist es eher runtergegangen als hoch. Jetzt gehen die Zahlen hier bis ins Jahr 2017. Das sind nicht meine, sondern meine sind es die aus der Vergangenheit. Jetzt die nach 2012, die sind abgeschätzt. Hier das Zitat. Und wie kann man das wissen, was produziert wird? Da muss man einfach nur gucken, welche Fabriken gebaut werden. Also das kristalline Silizium hat seine Vormachtstellung eigentlich immer behauptet. Und das sind die Module. Solche Module haben Sie hier auf dem Dach. Das ist ein relativ altes. Das hat nur diese paar Zellen. Heutzutage hat ein Modul, das hat so knapp 80 Watt vielleicht. Heute hat ein Modul 300 Watt. Hier sehen Sie amorphes Silizium, Cadmium, Tellurid und Kupfer, Indium, Garnium, Dieselnid. Diese Module sind aus einzelnen Zellen aufgebaut, die verschaltet sind mit Kupferbändchen hintereinander geschaltet. Und wenn Sie genau hinter gucken, hier hingucken, dann sehen Sie von hinten wahrscheinlich so eine Streifenstruktur in der Richtung. In der Richtung sind die Streifenzellen miteinander verschaltet. So in der Richtung. Jede Zelle etwa 0,5 Volt. Bei dieser Technologie, Cadmium, Tellurid sind die Streifenzellen auch in der Richtung verschaltet. Hier gehen die Streifen in Längsrichtung, wie so ein Nadelstreifen in einem Anzug. Okay, das sind die Dünnschichttechniken. Und es war immer so die Hoffnung, man könne doch viel billiger Photovoltaik machen mit diesen Dünnschichtzellen. Tatsächlich ist das nie gelungen. Der Grund ist relativ einfach. Das ist eine, auf den ersten Blick, sehr archaische Technik. Sie machen die einzelnen Zellen und vertraten dann die Zellen miteinander, indem Sie mit Kupferbändchen die Rückseite der Zelle mit der Vorderseite der Zelle verbinden. Aber Sie verbinden natürlich nur gleichartige Zellen miteinander. Sie verbinden nicht eine schlechte Zelle, eine mit niedrigem Strom, mit einer mit hohem Strom. Weil die alle hintereinander geschaltet sind. Die Zelle mit dem niedrigsten Strom zieht Ihnen das ganze Modul nach unten. Und bei dieser Technologie können Sie die Zellen sortieren. Das können Sie hier nicht. Das ist der Hauptnachteil bei der Dünnschichttechnologie. Sie stellen das ganze Modul immer zusammen mit den Zellen her. Und außerdem arbeiten Sie auf wesentlich größeren Flächen. Sie schalten eine dünne Schicht, typische schichtdicke 2 Mikrometer, auf einer großen Fläche ab. Sie brauchen also eine sehr hohe Homogenität und eine sehr hohe Ausbeute. Und daran leidet eigentlich die Dünnschichttechnologie. Das stupide Sortieren ist eigentlich der Vorteil der Technologie hier. Wenn Sie nur schlechte Zellen haben, werfen Sie die entweder weg, oder Sie bauen halt ein schlechtes Modul und verkaufen das für relativ wenig Geld. Aber die guten Zellen, da verlangen Sie einen hohen Preis für dieses Modul. Was ist denn der Grund dafür, warum das kristalline Silizium seine Vormacht so lange hält und wahrscheinlich weiter hält? Ich hatte Ihnen zwei genannt. Die das Sortieren und die Homogenität, die Sie nur auf einer kleinen Fläche behalten können. Aber im Wesentlichen liegt es doch dann daran, dass die Kosten dann als Folge dessen so niedrig sind. Oder die Preise, wenn Sie Module kaufen. Und hier sind jetzt aufgezeichnet die Modulpreise in Dollar pro Watt Peak als Funktion der Produktion. Das nennt man eine Lernkurve. Hier steht keine Zeitachse. Die Zeitachse habe ich Ihnen hier hingemalt. 1976 haben Sie für, und da ist die Inflation rausgerechnet, das sind Dollarpreise 2010. Also dann zurückgerechnet. 1976 haben im heutigen Wert von Dollar, oder hätte, ein Modul etwa 70 Dollar pro Watt Peak gekostet. Ja, und der Watt Peak war damals eine Zelle mit 10 mal 10 Zentimeter Größe. 2013, ein Punkt müsste dann noch kommen, lagen die Preise zum Teil unter 50 Euro Cents pro Watt. Zum Teil heute sind sie zurück, liegt irgendwo zwischen 50 und 60 Euro Cents, das sind dann 65 Dollar Cents pro Watt. Also von Dollar zu Cents, das ist ein Faktor 100. Die, die Preise gefallen sind. Und warum? Die Forscher sagen natürlich, wegen der Forschung. Stimmt, aber welche Forschung? Es ist nicht allein der Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad spielt eine gewisse Rolle. Und damals hatten Modul einen Wirkungsgrad gehabt von 8 Prozent, und heute haben die besten Modul einen Wirkungsgrad von 20 Prozent. Aber das macht nicht einen Faktor 100, sondern das macht einfach die Massenproduktion. Sie lernen, ihre Produktion zu automatisieren, sie lernen, die Ausbeute zu erhöhen, sie erhöhen die Geschwindigkeit. Das sind die wesentlichen Kostensenker in der Photovoltaik. Und die Dünnschicht läuft immer hinterher. Es ist ja auch klar, wenn Sie so eine Fabrik kaufen wollen, beim kristallinen Silizium, da können Sie dann 10 verschiedene Angebote einholen, Sie verfügen bestimmt als Studierende über 100 Millionen, sagen, ich baue mir mal eine große Photovoltaikfabrik, ich kann mir das leisten. Und dann holen Sie Angebote ein und sagen, wie viel und garantierst du mir auch den Wirkungsgrad? Und sagen, ja klar, ich mache dir die Siliziumproduktion, ich mache dir die Zellproduktion, und hinten kommen Module raus mit Wirkungsgraden von garantiert 16 Prozent. Und jetzt suchen Sie mal solche unterschiedlichen Angebote bei Dünnschichtherstellern. Dann kriegen Sie vielleicht ein oder zwei. Und Sie werden dann mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn Sie schon 100 Millionen investieren, sich ein Fabrikle kaufen, das kristallinen Siliziummodule macht. Das Risiko ist Ihnen zu hoch. Sie wollen ja nicht der Erste sein, der auf die Nase fällt mit Dünnschicht. Und deswegen läuft dann die Dünnschichttechnologie immer dieser Lernkurve hinterher. Und das Silizium wächst und wächst und wächst. So ist es wenigstens passiert in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft auch so sein. Außer es kommt eine Revolution. Aber ich weiß nicht, wie die Revolution aussehen könnte. Was heißt denn das? 50 Cent pro Watt. Hier habe ich dieses Modul. Das können Sie überall kaufen. Ich nenne das ein Feld-, Wald- und Wiesenmodul. Das kann aus Asien kommen oder aus Deutschland kommen. Es ist im Grunde dasselbe Modul. 50 Cent pro Watt. Wenn Sie das umrechnen auf die Fläche, dann komme ich zu der Zahl, die ich anfangs schon genannt habe. Das sind 75 Euro der Quadratmeter. Und die Siliziumzellen, die da drin sind, die machen etwa ein Drittel der Kosten des Moduls, oder des Preises, muss ich sagen, wenn ich kaufe. Das ist der Preis. Das sind dann 25 Euro der Quadratmeter. Jetzt nehme ich wieder den Baumarkt. Ich schicke Sie in den Baumarkt und sage zu Ihnen, kaufen Sie mir billige Fliesen ein für mein Badezimmer. Und dann werden Sie gucken, was kosten Fliesen. Dann denken Sie wahrscheinlich, der S-Professor, der will vielleicht etwas Besseres. Also Spaltfliesen für den Boden kann er nehmen. Die kosten 8 Euro den Quadratmeter. Aber in der Wende will er vielleicht etwas Besseres haben. Und dann kommen Sie zurück und sagen, ich habe etwas zwischen 20 und 70 Euro gefunden. Und dann werden Sie vielleicht fragen, sollen wir hier nicht das Badezimmer mit Siliziumscheiben fließen? Dann hätten Sie als Photovoltaik-Professor auch etwas zum Angeben. Wahrscheinlich werden Sie doch so sagen, oder? Aber ja, in der Gegend ist man jetzt angekommen. Und wie will man das mit einer anderen Technologie eigentlich schlagen? Aus den Fliesen kann man Module bauen, aus denen Strom rauskommt. 1976 hat das Modul 5.000 Euro pro Quadratmeter gekostet. Und da sehen Sie auch Zickelsteine. Das ist der gleiche Preis. Gehen Sie mal so durch den Baumarkt und gucken Sie sich Sachen an. Was können Sie noch? Spanplatten, 10 Euro der Quadratmeter. In der Gegend sind wir jetzt. Es ist klar, dass das zu einem billigen Strom führen muss. Und folglich auch zu einer Diskussion, was macht man mit dem vielen billigen Strom? Jetzt mache ich mal eine Installateursrechnung im Jahr 2014. Ich stelle mich jetzt auf den Standpunkt, Sie wollen mir etwas verkaufen. Sie wollen mir jetzt ein anderes Material als kristallines Silizium oder ein Modul verkaufen, das einen viel höheren Wirkungsgrad hat. Zum Beispiel sagen Sie, ich habe eine Technologie, die kann 30% Wirkungsgrad. Da tun Sie sich schwer. Aber Sie haben vielleicht eine, die bringt 5% Wirkungsgrad. Zum Beispiel organische Halbleiter. Sie wollen mich als Installateur überzeugen, ich soll das nehmen. Dann stelle ich mich hin und sage, okay, ich baue jetzt also eine Photovoltaikanlage. Dazu kaufe ich die Module ein, in dem Bereich 50 bis 60 Cent pro Watt Peak. Das sind gerade die Straßenpreise. Mit den, wie ich vorher gesagt habe, das sind dann die 75 Euro Quadratmeter Module. Jetzt brauche ich ja nicht nur die Module, sondern, ich springe mal da drauf, die Aufständung, die Kabel können Sie sich oben auf dem Dach angucken. Die Kabel, außerdem brauche ich Leute, die es bauen. Die Kabel, die muss ich bezahlen. Und der Witz ist, je nachdem, was für Module ich habe, hohe oder niedrige Wirkungsgrade, brauche ich für die gleiche Leistung hier einfach, wenn ich niedrige Wirkungsgrade habe, mehr Aufständung. Ich brauche längere Kabel und vor allen Dingen müssen meine Leute länger arbeiten. Das sind die Kosten, Balance of System, typische Werte für eine große Anlage, so ein Megawatt, 1000 Euro pro Kilometer. Die Module kaufe ich ein, da habe ich bestimmt irgendeinen Freund, die Module weiß ich, die kommen eigentlich aus China, aber da verkauft sie mir in Taiwan. Dann komme ich um die EU-Regelungen rum, so läuft das Geschäft im Augenblick. 250 Euro brauche ich für die Aufständung. Und jetzt will ich ja auch was verdienen. Ich als Installateur, ich bin gierig und sage, ich will 10% haben. Dann brauche ich noch eine Versicherung gegen Hagel zum Beispiel. Ich brauche bei einer kleinen Anlage ein Gerüst, wenn ich die am Haus aufbaue. Und ich brauche einen Wechselrichter. Der Wechselrichter ist unabhängig vom Wirkungsgrad der Module. Der muss einfach eine bestimmte Leistung haben. Ob die Wirkungsmodule niedrig oder einen hohen Wirkungsgrad haben, ist mir egal. Der Witz ist, diese Werte hier, die hier, Aufständung und so weiter, und die Module, hängen vom Wirkungsgrad ab. Das sind flächungsabhängige Kosten. Und das sind heutzutage, da steht, die gesamten Kosten, die 1000 Euro, setzen sie zusammen aus den 500, aus den 250 und aus den 250. Die beiden Werte hier hängen von der Fläche ab. Und jetzt kann ich die Rechnung machen. Jetzt sagen Sie mir, Sie wollen mir andere Module verkaufen, mit den höheren oder niedrigen Wirkungsgraden. Dann sage ich, mache ich. Gut, aber ich muss ja mein Material einkaufen. Ich zahle nur einen bestimmten Preis für Ihre Module. Und in den Preis geht natürlich ein, was ich für meine Aufständung brauche und welche Lohnkosten ich habe. Also höhere und niedrige Wirkungsgrade. Jetzt schreibe ich meine Gleichung hin. Und Sie glauben mir eines, dass ich in der Lage bin, die Euro pro Kilowatt-Peak in Euro pro Quadratmeter umzurechnen. Das glauben Sie mir. Da geht der Wirkungsgrad ein, da geht die Sonnenstrahlung ein und so weiter. Und ich vergleiche jetzt einfach zwei Anlagen. Eine, die ich sowieso kenne, mit meinen 15%-Modulen, und eine mit Ihren Modulen. Und jetzt kann ich eine schöne Kurve rechnen. Und die habe ich Ihnen hier gezeigt. Da steht jetzt in der Kurve, da stehen Differenzkosten. Differenzkosten. Oder das, was ich Ihnen mehr bezahle, für die Module mit höherem Wirkungsgrad, die Sie mir teuer verkaufen wollen. Also Sandpower-Module zum Beispiel. Oder mit welchen aus irgendeinem Material. Was weiß ich. Zahnpasta auf die Wand gestrichen oder so etwas. Und sie sagen, man hat 0,5%, aber die Zahnpasta ist billig. Und jetzt sage ich, okay, gut, kaufe ich. Also im Augenblick, das schreibt die EU vor, dass chinesische Module für mindestens 56 Euro, Entschuldigung, Cent pro Watt-Peak verkauft werden müssen. Wenn die chinesischen Hersteller mehr oder weniger verlangen, dann kommt da einfach ein Strafzoll drauf. Also 56 Cent ist das Minimum. So sage ich, okay, das ist mein Null hier, das 15%-Modul. Und jetzt bieten Sie mir was an mit niedrigem Wirkungsgrad. Module mit 10% Wirkungsgrad. Okay, sage ich, gut, ich weiß, meine Quadratmeter kosten bei einer Anlage, bei einer großen Anlage, die sind 40 Euro pro Quadratmeter nur für die Aufständerung. Das kostet mich, das Ding hinzubauen, ohne die Module. Und da klatsche ich Ihr Modul drauf. Mit 10% Wirkungsgrad. Aber nur, wenn es 15 Cent billiger ist, dann kämpfen Sie natürlich erheblich. Und sagen, wenn Sie mal ein Modul verkaufen wollen mit dem gleichen Wirkungsgrad, aber ich eine Edelanlage habe, wo ich, was weiß ich, nur Aluminiumaufständerungen habe und das auch noch besonders erdbebensicher oder so etwas, dann zahle ich Ihnen sogar nur 27 Cent weniger. Und dann haben Sie ein Riesenproblem, wenn ich von den 56 Cent ausgehe, dann sollen Sie, Sie müssen mir es um 25 Cent verkaufen, aber Ihr Modul hat zwei Glasplatten, ziemlich sicher, und Glas kostet so 8 Euro pro Quadratmeter. Dann haben Sie es schon 16 verbraten. Wie sollen Sie dann bitte noch Geld verdienen können, wenn Sie es nur um 25 Cent verkaufen können? Das wird nicht gehen. Das wird schwierig sein. Sie müssen Ihre Leute in der Fabrik auch bezahlen. Sie müssen Abschreibungskosten auf Ihr Gebäude, auf alles Mögliche. Und Sie sehen, bei niedrigen Wirkungsgraden, da ist eigentlich kaum mehr Luft. Und das sehen Sie auch, wenn Sie den Markt beobachten, die Firmen, die Amorphis Silizium produzieren, die sterben alle weg. Amorphis Silizium Module haben typische Wirkungsgrade zwischen 6 und 8 Prozent Wirkungsgrad. Okay, jetzt die andere Frage, deutsche Photovoltaikindustrie, was machst du jetzt? Dieses asiatische Modul mit 56 Cent pro Watt Pi gibt es. Gibt es eine Luft bei hohen Wirkungsgraden? Also, wir machen jetzt Hightech und machen 30 Prozent Wirkungsgrad. Ja, da gehe ich jetzt als Installateur her und sage, ich weiß zwar nicht, wie du das machst mit deinem 30 Prozent Wirkungsgrad, aber gib mir die Module. Aber ich gehe wieder auf meine Kurven und ich zahle dir mehr. Ich sage dir aber ganz genau, wie viel. 30 Prozent ist ein bisschen hochgegriffen. Wir arbeiten ein Modul mit 20 Prozent Wirkungsgrad. Jetzt will ich, ich, dem Installateur, die Module verkaufen, sagt, ja, ich nehme deine 20 Prozent Module. Oder, die können Sie auch kaufen, von SunPower. Aber ein Installateur zahlt nur 7 Cent mehr. Deswegen sehen Sie, SunPower-Module selten installiert. Weil die werden verkauft für etwa einen Euro pro Watt Peak. oder aber, wenn ich wieder die Edelanlage habe, mit höheren Installationskosten, dann zahle ich halt 13 Cent mehr. Das ist relativ simpel. So, jetzt sind wir beim Silizium, wissen wir genau, da ist die physikalische Grenze. Wir werden nicht höher kommen mit den Modulen im Wirkungsgrad. Das heißt, und da unten, diese asiatischen Module, die bewegen sich immer weiter in die Richtung. und wo überhaupt was passieren kann, ist ein relativ schmaler Bereich, wenn man Photovoltaik-Zellen-Forschung betreibt. Man muss die Wirkungsgrade nach oben bringen, aber es ist ganz klar, die Kosten dürfen nicht zu hoch werden, weil sonst kauft man ja niemand die Module ab. Jeder, der halbwegs rechnen kann, macht eine Rechnung in der Art auf. Da spielt sich alles ab, in dem Bereich im Augenblick. Okay, und wir, wir arbeiten etwas, was ich Black-Sin genannt habe. Das hat, das steht für Rückseitenkontaktzelle. Back-Kontaktzelle, eine Zelle mit Rückseitenkontakten. Die werden alle mit dem Laser gemacht. Deswegen das L und das ist N-Typ Silizium und dass da schwarze Sünde rauskommt. Das ist nicht, das war nicht der primäre Wunsch hier. Wir wissen, dass wir unsere Zellen, da sind wir im Augenblick bei 22% Wirkungsgrad, wir können die herstellen zu niedrigen Produktionskosten für etwa 50 Cent pro Watt Peak in Modulen, die dann einen Wirkungsgrad von 20% haben, die müssen aber einen Wirkungsgrad von 20% haben, damit wir überhaupt in die Gegend kommen und der äquivalente Marktpreis, den ich so ausrechnen kann, der wird 63 Cent pro Watt Peak sein. Und jetzt, wenn das asiatische Modul für 56 Cent pro Watt Peak verkauft wird, dann können wir das für die 63 Cent auch verkaufen. Aber wir müssen diese 22% in den Zellen in der Massenproduktion hinkriegen. Der Vorteil unserer Technologie ist, wir verwenden Laserprozesse, um die Kontakte auf der Rückseite zu machen. Das ist also der P-Nübergang auf der Rückseite. Das ist eine N-Typ Zelle hier. Der Bereich ist mit Bohr dotiert, hier auch mit Bohr dotiert, hier mit Bohr dotiert und hier ist der ohmsche Kontakt. Diese lokalen Kontakte bringen wir alle so auf, dass wir die Rückseite vollflächig beschichten, zum Beispiel mit Bohr spattern und dann mit dem Laser an den Stellen Bohr einbrennen, an denen wir den P-Nübergang haben wollen. Naja, einbrennen ist rudimentär gesprochen. Wir machen das mit einem sehr, sehr gezielt eingestellten Laserfokus und wenn wir das machen, kriegen wir keine Leiteffekte. Wir brauchen keine Maskierung, und keine Lithographie, gar nichts. Und das ist bei SunPower zum Beispiel anders. Die brauchen Lithographie in ihrer Technologie. SunPower kriegt hohe Wirkungsgrade hin, höhere als wir hinkriegen, aber sie haben höhere Kosten, die kann man sich rausrechnen aus ihren Zahlen. Also da ist eine Chance, ob uns das gelingt. Also wenn Sie Ihre 100 Millionen irgendwo investieren wollen, hier können Sie es investieren. Wir werden also folgendes machen. Module mit Wirkungsgraden von mindestens 5 Cent. Entschuldigung, 20% Wirkungsgrad. Wir wollen mit den Kosten weiter runter. Nun, damit könnte man den Strom zu den 8 Cent für die Kilowattstunde machen. Jetzt können Sie mich vielleicht fragen, ja wie weit kommen wir denn überhaupt in Deutschland runter mit den Erzeugungskosten von elektrischem Strom aus Photovoltaik? Ich denke, die 5 Cent, das wird so eine untere Grenze sein. Das kann ich mir einfach ausrechnen aus den Materialkosten. Lohnkosten, alles weggelassen. Wir brauchen Silizium, wir brauchen ein Glas, wir brauchen einen Aluminiumrahmen, wir brauchen eine Aufständung und dann die Obergrenze im Wirkungsgrad wird. Vielleicht schafft auch jemand 24% mit so einem einfachen Prozess, mit einem komplizierten Prozess, schafft man 24%, aber darf ja nicht zu teuer sein. Da kann man sich also ausrechnen, was die Photovoltaikanlage kosten wird. Das wird so bei 500 Euro pro Kilowatt Peak liegen, vielleicht 600. Und bei der Einstrahlung von Deutschland kommt man dann eben da raus, bei den 5 Euro Cent. Kann man noch höher kommen im Wirkungsgrad? Ja klar, kann man sich vorstellen. Allerdings nur mit teuren Materialien, über 30%. Das geht bisher nur mit Gallium-Arsenid-basierten Materialien. Gallium-Arsenid-Technologie ist sehr teuer, deswegen verwende man sie nur in Konzentratoren. Konzentratoren macht in Deutschland keinen Sinn, weil wir von zwei Drittel vom Jahr eigentlich die Sonne nicht sehen. Zwei Drittel der Einstrahlung pro Quadratmeter in Deutschland ist diffuses, Lichtdiffuses Strahlung. Was kann man dann in der Forschung machen? Ja, hier arbeiten und dann, klar, die Speicher. So, ein Traum. Eigentlich, ganz simpel, ja, wir brauchen einen Modul, aus dem kommt 24 Stunden lang Strom raus. Fertig. Speichern direkt da rein. Dann brauchen wir nicht die, wie viele Tonnen Batterie, die Blei haben sie im Keller? Nur acht oder neun Tonnen. Ah, nur acht oder neun Tonnen. Naja. Wenn das im Modul drin wäre, aber das darf nicht, auch nicht da 100 Kilo wiegen, ja. Also, das sind vielleicht ihre acht oder neun Tonnen im Keller im Augenblick, die bessere Variante. Wohin forschen? Also, zwei Dinge, zwei Beispiele. Einmal die Speicher, hatte ich schon genannt, und jetzt Anlagenwartung, Anlagencharakterisierung. Da will ich auf dieses Bild raus, Anlagenwartung. 250 Quadratkilometer Photovoltaikfläche in Deutschland. Aha. Also, so sieht das aus. Zehn Milliarden Zellen, 200 Millionen Module. Naja, was ist denn, wenn dieses Modul hier kaputt ist? Wie finde ich das überhaupt? Ich sehe nur, meine Anlage bringt die Leistung nicht. Irgendwelche Module müssen kaputt sein. Jetzt kann man natürlich hergehen und viele intelligente Ingenieure und Ingenieurinnen nehmen, die die ganze Anlage auseinanderbauen und jedes einzelne Modul messen. Okay, dann freut sich das Ingenieurbüro über die Arbeit, aber das ist zu teuer. Muss man irgendwie anders machen. Es gibt tatsächlich nicht viele Methoden. Es gibt die Thermografie. Mit der Thermografie sehen Sie eigentlich nur, wo die Anlage heiß wird. Und unsere Methode. Und das ist die Luminiszenz. Ich zeige Ihnen die Elektrolumineszenz und Photolumineszenz. Das hier, diese Bilder sind so gemacht. Das ist eine Sunpower-Anlage. Hier. Hier sehen Sie es in der Photolumineszenz. ist so gemacht, in dem die Anlage einfach zwischen kurzlos und Leerlauf hin und her geschaltet wird. Einfach mit dem Schalter. Und wir gucken uns an, die Infrarotstrahlung, die da rauskommt. In dem Fall, dort wo die Anlage gut ist, kommt viel Strahlung raus und das ist ja dann gelb. Und wo die Anlage nicht gut ist, weniger Strahlung. Das ist dann rötlich. Sie sehen hier, eine ziemlich gute Anlage, alle Zellen ähnlich. Das ist eine Anlage, die auch sehr teuer war, Sanjohit. Da sehen Sie, da sind viele gute Zellen drin und die haben diese Module richtig schön runtergebracht in der Leistung, indem sie die guten Zellen mit schlechten Zellen gemischt haben. Das erkennen wir in der Photolumineszenz. Und hier sehen Sie, in der Anlage, die Zelle ist defekt, Modul raus. Also dort wo es stark leuchtet, ist das Modul in Ordnung. Wir können auch was anderes machen, das ist die Elektrolumineszenz. Da betreiben wir die Anlage wirklich wie eine große Leuchtdiode. Wir geben Strom drauf. Das können Sie machen, indem Sie zum Beispiel die zwei Anlagen hintereinander schalten und die Leistung da drauf geben. Und das ist ein Falschfarbenbild. Und da sehen Sie jetzt, der Vorteil ist, hier sehen Sie auch elektrische Verluste. Also wenn zum Beispiel irgendwo Kontaktfinger gerissen sind. Was man hier sieht, ist tatsächlich immer ein Spannungsbild in beiden Fällen. Aber wenn Strom durchgeht, durch die Anlage, im Fall der Elektrolumineszenz, dann sehen Sie auch ohmsche Verluste, die irgendwo in den Zellen auftreten. So, und jetzt, wie wird das aussehen? Ich stelle mir das so vor, dass wir diese Lumineszenzkamera in einem Gyrokopter drin haben, einen Multikopter, der fliegt dann über die Anlage. Und so können wir sehen, wo die Anlage defekt ist. Und wir können das auch sehen im Betrieb. Wir haben Verfahren, das ist alles bei Tageslicht gemacht. Hatte ich fast vergessen zu sagen, weil andere können das auch. Aber wir können das tags. Im Wesentlichen ist es eine Login-Technologie. Wir haben einen Login-Verstärker, das heißt, dass wir gepulst arbeiten. Und außerdem haben wir eine hochempfindliche Indium-Gallium-Arsenid-Kamera und auch Filter eingebaut. Das ist der Trick dabei. Die Photovoltaik hat etwas, was andere Kraftwerke nicht haben. Wenn ein Kernkraftwerk, der Generator, oder ein Kohlekraftwerk, der Generator kaputt ist, am Anfang hören Sie das wahrscheinlich und dann sehen Sie es. Aber wenn 500 Megawatt weg sind, dann sehen Sie es sofort. Hier sind die Kraftwerke aufgebaut aus einer Parallelverschaltung und Serenverschaltung von Mini-Kraftwerken. Und das ist eigentlich der Pferdefuß in der Photovoltaik. Das war mir vor zwei Jahren noch nicht klar. Dass das natürlich ein Problem ist, weil wie repariert man so etwas? Da muss ich ja zuerst mal wissen, was ich austauschen muss. Und mit solchen Methoden kann man das? Oder mit der Methode kann man das? Und ich kenne keine andere, die mächtiger ist. Was wir jetzt zum Beispiel machen, ist, Verfahren zu entwickeln, dass wir die Bilder interpretieren. Möglichst natürlich mit automatisch, mit digitaler Bildverarbeitung. Was ist es jetzt? Kontaktfinger gerissen oder sind es Mikrorisse in der Zelle? Und wenn es Mikrorisse sind, wie viele Risse in der Zelle kann man denn dulden? Ein Betreiber einer Anlage, dem interessiert das Bild überhaupt nicht. Dem interessiert nicht, dass ich da ein Gutachten schreibe und sage, ich denke, das ist so und so. Ich will nur wissen, soll das Modul raus oder soll es nicht raus? Und wenn es jetzt nicht raus soll, muss es in zwei Jahren raus. Und da muss man natürlich Kriterien erarbeiten zur Auswertung dieser Bilder. Das ist die eine Sache. Und da wird es jede Menge Arbeitsplätze geben für Ingenieure und Ingenieure, bin ich mir ganz sicher. Selbst wenn in Deutschland keine einzige Photovoltaikanlage mehr zusätzlich gebaut wird, die 35 Gigawatt da draußen, die werden uns noch richtig beschäftigen. Der andere Punkt ist Speicher. Selbstverständlich. Nur ein Beispiel. Das Lithium-Ionen-Akku ist der Speicher gegenwärtig, der die höchste Speicherdichte hat. Jetzt muss man gucken, was begrenzt eigentlich ein Lithium-Ionen-Akku in seiner Speicherdichte. Es gibt verschiedene Kathoden-Materialien, Lithium-Manganoxid, Lithium-Eisenphosphat und so weiter, so ein gängiges Material. Gegenwärtig ist der Lithium-Ionen-Akku in seiner Speicherdichte begrenzt durch die Anode. Die theoretische Speicherfähigkeit von Lithium-C6 ist hier die 370 Milliampere-Stunden pro Gramm. Tatsächlich ist man drunter so 150 bis 200 Milliampere-Programm. Das heißt, was man als erstes braucht, wenn man den Lithium-Ionen-Akku verbessern will, ist ein anderes Anoden-Material. Und da steht eins, eins sticht heraus, das ist Silizium. Es gibt eine Phase vom Silizium, die ist allerdings nicht stabil, das Lithium-22, Silizium-5. Da kriegt man bis über 4200 Milliampere-Stunden pro Gramm rein. Als ich da angefangen habe, war ich mir dessen gar nicht bewusst, sondern ich hatte einen ganz anderen Grund, warum wir da angefangen haben. Wir hatten das Silizium und ich wollte damit was machen, was reinbauen. Wir haben inzwischen Anoden entwickelt, die liegen hier bei 2500 Milliampere-Stunden pro Gramm. Das reicht, weil jetzt, wenn man diese Silizium-Anoten reinbaut, dann ist man nicht mehr durch die Anode begrenzt, sondern es ist durch die Kathode begrenzt. Aber die Kathode hier, die liegt hier zum Beispiel wesentlich oberhalb von diesem Wert. Okay, Silizium also auch für die Speicher. Und das sind die ersten Bilder, die wir gemacht haben. Wir ätzen, haben Silizium von einem ganz anderen Zweck porös geätzt, mit Flusssäure. Von oben jetzt drauf geguckt, da sehen Sie diese Lochstrukturen. Ich sage, Mensch, in diese Lochstrukturen, da kann man doch Lithium reinfüllen. Ja, das geht. Von der Seite sieht es so aus. Sie sehen so, das ist der Silizium-Wifer, die Silizium-Scheibe und hier reingeätzt mit Flusssäure. Und da lagert sich das Lithium ein. Warum machen Sie so, nehmen nicht den Wifer? Das Problem ist, das haben Sie gesehen, bei der Phase Lithium-22, Silizium-5. Das Silizium dehnt sich aus dem Faktor 4, wenn Sie das Lithium reinbauen. Das heißt, das platzt einfach. Sie brauchen Strukturen, die sich bewegen können oder Strukturen, die viele Hohlräume haben. Wir haben ein anderes Verfahren, da machen wir es nicht mit Flusssäure-Äzen, sondern das schaffen wir es, dass wir Silizium-Oberflächen haben, die richtige schwammartige Öffnung haben, in die das Lithium reingehen kann. Also die Silizium-Forschung geht weiter für die Lithium-Ionen-Akkus. Hier sehen Sie es etwas genauer. Hier das Verfahren, mit dem wir solche Akkus machen, die wir hoffentlich aufwickeln können. Wir scheiden ab mit unserer Technik für das Amorphis Silizium, Amorphis Silizium auf eine Stahlplatte. Können wir entweder aus der Gasphase abscheiden, oder in dem Fall ist es gespattert. Wenn wir spattern, ist Argum in der Probe drin. Und das nehmen wir unsere Laser-Dotiertechniken, nicht um zu dotieren, sondern brettern mit dem Laser einfach da drüber. Das können wir sehr schnell machen, große Flächen innerhalb von einer Sekunde. Dann schmilzt das Amorphis Silizium auf und das erstarrt Kristallin und es gibt solche Lochstrukturen drin. Und in diesen Löchern können wir das Silizium einlagern. So sieht das aus, von oben gesehen. Da sehen Sie diese Gräben da drin. Okay, für Sekundärzellen, Sekundärzellen, für den Elektrochemiker, sind für Physiker, Akkumulatoren oder für den Elektrotechniker. Und jetzt noch ein letztes Folie, die letzte Folie, das ist die Intelligenz in der Photovoltaik. So ein Photovoltaikmodul ist ja Stroh-Dum. Das liefert Strom, wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne nicht scheint, liefert es keinen Strom. Und wenn es ihm nicht gut geht, dann meldet es sich nicht mal. Sagt ja nicht, ich bin krank, ich habe Fieber, ich kann nicht richtig wandeln. Also was man braucht, sind intelligente elektronische Löstungen, Leistungsoptimierer. Klar, unterschiedliche Leistungen sind bisher alle hintereinander geschaltet. Man kann natürlich anders hintereinander schalten. Zum Beispiel, dass man zu jedem Modul mit zwei Drähten hingeht, ist aufwendig, aber jedes Modul am Maximum Powerpoint, am Punkt maximaler Leistung betreibt. So, das Thema Feuerwehr, Sicherheitsabschaltung, kommt immer wieder. Die ganze Zustandsüberwachung, dass sich das Modul meldet. Es gibt ja zumindest ein Kabel hin, über Powerline. Ich lebe voraussichtlich noch fünf Jahre, aber mit Wirkungsgrad so und so. Nimm ich raus, oder dass dann ein Rechner entscheidet. Das Modul kann kommunizieren, entweder Powerline oder Funk oder im Bus. Leistungsoptimierung, bisher ist in der Moduldose nur eine Schutzdiode drin. Potenzialinduzierte Degradation ist ein ganz heißes Thema, was immer mehr kommt. Da passiert eines, das Natrium vom Glas, die Gläser, die enthalten alle Natrium Fenstergläser, Natrium vom Glas diffundiert auf die Oberfläche von der Probe und die positive Ladung an der Oberfläche induzierte negative Ladung sich schließt, sie dafür, dass der P-Inübergang lokal kurz geschlossen ist, das Modul kriegt einen Schand, und zwar umso länger, je länger es in der Sonne ist. Jetzt kann man das aber rückgängig machen, wenn das Modul nachts eine Spannung anlegt. Wenn das jetzt eine intelligente Moduldose ist, dann könnt die das für jedes Modul so machen, wie es das Modul braucht. Wenn ich meine Garage angucke, mit der Photovoltaikanlage, da ist schon Platz für den Speicher, für den festen Speicher, aber auch der mobile Speicher, ein Auto ist ja nichts anderes als ein mobiler Speicher, heute für Benzin, eine Zukunft halt für Strom. Wir brauchen ein Gesamtsystem, das sich selber optimiert. Das Speichersystem muss allerdings wissen, dass ich heute, noch so viel Strom drin sein muss, elektrische Energie, dass ich nach Karlsruhe fahren kann und nicht tagsüber die Photovoltaikanlage mein Auto voll lädt und nachts den Strom teuer verkauft, am besten an die EnBW, sondern noch so viel drin lässt, dass ich auch noch hierher fahren kann. Dazu müsste der Rechner nachgucken in meinem Terminkalender, dass ich heute hier sein müsste. Solche Lösungen werden kommen. Jede Menge Elektrotechnik und Informationstechnik und Kommunikationstechnik und Informatik, die da in Zukunft in die Photovoltaik reinkommt. Ich fasse zusammen, 2013, da steht die 120 noch, leider 130 Gigawatt Photovoltaik, in Deutschland sind es 35 Gigawatt, der Markt explodiert, nicht unbedingt in Deutschland, was die Module betrifft, sondern in anderen Ländern. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass Photovoltaik Strom billiger ist als Kohlestrom, sind nicht meine Daten im Übrigen Modul sind in dem Bereich angekommen, in dem man Baumarktprodukte kauft, mit großen Flächen, Fliesen, Fenster, Segelsteine, Spanplatten und Silizium hat den Photovoltaik so billig gemacht, nicht wie ein anderes Material und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, aber das Silizium erobert sich jetzt nach und nach auch andere Bereiche in der Energietechnik, Beispiel Speicher. Gut, das war's, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Tolles Tolles Untertitelung des ZDF, 2020